Samstag, 27. Juni, 14 Uhr, Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern gegen Fikoria, Köln, 3 zu 0. Erfido Spahik, Kevin Krauss, Dominik Scherz, Hakeemid Schiftri, Philipp Heser, Karlo Schickenikirch, Janik Bachmann, Anna Speckhardt, Manfred Schkacki, Florian Peek, Christian Kulowitier, Daniel Miesin-Höhler, Hesert, Hapachvig, Jonas Kachlos, Patrick Kochenzwitz, Lars-Denis, Simon Hindele, Maike Wundlich, Kai Röfisch, Hamza Zahriy, Albert Bunyaku, Stoffen-Lewins, 22 Uhr 26. 22. 22. 22. 22. Das war's.